Liebe Singener Bürgerinnen und Bürger, unser Neuausempfang kann auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider nicht in der gewohnten Form stattfinden. Ich bedauere das sehr. Deshalb möchte ich Ihnen allen auf diesem Weg ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2022 wünschen. Auch in diesem Jahr werden wir uns mit einer Vielfalt von kommunalpolitischen Themen intensiv beschäftigen. Es warten große Herausforderungen auf uns. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bis 2035, Wohnraum für alle, Wärmeplanung für die Gesamtstadt, Gesundheitswesen, Zukunft des Klinikverbundes, erneuerbare Energien auf Singener Gemarkungen, Breitbandausbau, mehrheitlich Übernahme des Strom- und Gasnetzes von der TÜGA, bedarfsgerechte Kultur-, Sport- und Freizeitangebote für Jung und Alt, Senioren-, Jugend- und Quartiersarbeit, Bildung, Neubau der Schäffelhalle, dreiteilige Sporthalle, Sanierung und Erweiterung des Hallenbades, Neubau der Feuerwehr, Sanierungsgebiet Schäffelareal, Nordstadtversorger, Entwicklung unserer Ortsteile und vieles, vieles mehr. Alles Projekte und Maßnahmen, die wichtig für unsere Stadt sind, die aber auch viel Geld kosten werden. Gerade hierbei wird sich zeigen, wie mutig wir sind, die richtigen Schritte in die Zukunft zu wagen. Für viele dieser Projekte stellen wir im Haushaltsplan 2022 die Weichen. Wir haben in den vergangenen Jahren mit einer guten und wohlüberlegten Finanzpolitik die Voraussetzungen geschaffen, dass wir nach heutigem Stand in den kommenden Jahren keine neuen Schulden machen müssen und sogar Kredite in einer Größenordnung von 10 Millionen Euro zurückgeben können. Dies ist allerdings nur möglich, weil wir eine vielfältige und erfolgreiche Wirtschaft in Singen haben. Herzlichen Dank dafür. Ein wichtiger Punkt, der uns alle direkt betreffen wird, ist die Veränderung der Mobilität. Die ersten Maßnahmen haben wir umgesetzt. Unser Fahrradwegenetz wird seit Jahren kontinuierlich ausgebaut. Im Frühjahr werden wir die vom Gemeinderat beschlossenen zwei neuen Fahrradstraßen umsetzen. Für unseren Stadtbus haben wir erfolgreich das 365-Euro-Jahresticket eingeführt und auch das 1-Euro-Ticket gibt es in Singen. Mit den Arbeiten für die neue Ausschreibung für den Stadtbus ab 2026 haben wir begonnen. Ziel ist es, die Taktzeiten weiter zu verdichten, auch in Richtung unserer Ortsteile. Die Nutzung des ÖPNV muss einfach, preiswert und verlässlich sein. Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Nachverdichtung und das Thema Auto und Parken in den Quartieren wird uns auch in diesem Jahr weiter beschäftigen. Das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen geht nicht immer reibungslos vonstatten. Um hier für Entspannung zu sorgen, werden neue Wege im Rahmen von Carsharing oder Radverleih angedacht werden müssen. Bei der Mobilität darf das Denken aber nicht an der Stadtgrenze aufhören, sondern muss zumindestens im Landkreis Konstanz viel vernetzter gestaltet werden. Auch hier wünsche ich mir mutige und zukunftsweisende Schritte. Nach diesem kurzen Ausblick auf die Aufgaben, die in diesem und den folgenden Jahren vor uns liegen, erlauben Sie mir an dieser Stelle noch ein paar Anmerkungen zur Gegenwart und den sogenannten Montagsspaziergängen. Das Recht auf Demonstration ist in unserem Grundgesetz verankert. Das ist gut, richtig und wichtig. Was einige allerdings gerne überlesen, es gibt nicht nur Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes, es gibt auch den Absatz 2. Dieser regelt, dass Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden dürfen. Im sich daraus ableitenden Versammlungsgesetz ist unter § 14 Absatz 1 aufgeführt, dass öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde anzumelden sind. Auch ist die Person zu benennen, die für die Leitung der Versammlung verantwortlich zeichnet. Diese Pflicht steht in keiner Weise dem Recht auf Demonstration entgegen. Es gibt halt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Auch das ist Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Seit Jahrzehnten finden in Singen Demonstrationen unter freiem Himmel statt, zu den unterschiedlichsten Themen von den unterschiedlichsten Gruppen organisiert, die alle ordnungsgemäß angemeldet wurden. Die Montagsspaziergänge sind keine rein zufälligen Zusammentreffen. Im Hintergrund wird aktiv Stimmung gemacht, beworben und mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattet. Es gibt Personen, die sich hier aktiv einsetzen. Warum diese allerdings die Demonstrationen nicht anmelden können oder wollen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Auch das Thema Sicherheit der Teilnehmer spielt hier eine Rolle. Situationen wie am Montag, dass sichtlich genervte Autofahrer sich gefährlich ihren Weg durch die Personenschlangen bahnen, lassen einen kurz den Atem stocken. Das könnte man anders lösen. Aber ohne verantwortliche Versammlungsleitung wird das schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Für wen arbeiten wir? Für wen treffen wir Entscheidungen im Gemeinderat? Für unsere Bürgerschaft, für die Menschen, die in unserer Stadt leben. Unsere Bürgerschaft ist zu vielschichtig und unterschiedlich, wie man es vielleicht nur aus größeren Städten kennt. Aber genau das hat Singen schon immer ausgemacht. Eine moderne, quirlige und lebendige Stadt, in der Zusammenhalt, Respekt und Toleranz großgeschrieben wurde. Das sollten wir auch in der Zukunft nicht vergessen. Das Jahr 2021 war wahrlich für uns alle kein einfaches Jahr. Es wurde von allen viel abverlangt. Die Nerven sind angespannt, die Menschen müde. Nicht jede Entscheidung in der Pandemie war immer für alle schlüssig und nachvollziehbar. Dies ist auch gar nicht möglich. Aber gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie stark eine Gesellschaft, wie stark unsere Demokratie ist. Ich bin mir sicher, wir sind stark genug, die Pandemie hinter uns zu lassen und in die Normalität zurückzukehren. Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeitern unserer Stadtverwaltung stellvertretend bei meiner Kollegin Ute Seyfried für die gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Bürgerschaft danken. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Gemeinderat. Auch wenn wir um Entscheidungen Ringen und intensive Diskussionen haben und nicht immer einer Meinung sind, haben wir ein gemeinsames Ziel vor Augen, Singen noch liebens- und lebenswerter zu gestalten. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Die Aufgaben und Herausforderungen werden 2022 nicht kleiner werden. Lassen Sie uns dies gemeinsam angehen, für eine erfolgreiche und starke Stadt singen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.